Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game 2. Wir sind hier auf dem Astridan und da ich das Spiel neu gestartet habe, gibt es neue Kisten, die wir öffnen können. Und das würde ich sagen, mache ich doch gleich mal. Wir sind jetzt am nächsten Tag, für mich, für euch auch, aber für mich halt irgendwie Monatsfrüher. Genau, wir brauchen auf jeden Fall hier Racks, weiß ich noch. Und dann können wir mit ihmchen hier reden und sagen, hallo, wir wollen gerne abhauen. Weil wir haben ja eigentlich soweit alles gemacht, bis auf das, was wir nicht machen können. Mal zoomen. Ich glaube, meine Controller-Tasten sehen jetzt älter aus. Also gefühlt hatte ich hier, da oben ist ja jetzt das Select-Symbol. Ich glaube, vorher war das dieses, genau wie das heißt mittlerweile. Aber hier sieht es anders aus. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Hier vorne gibt es auch eine Kiste. Ich würde erst mal sagen, ich sammle kurz Kisten ein, weil wir schauen ja nicht. So ein Splitter, wenn ich den irgendwo bekomme. Oh ne, der ist natürlich weg, der wichtige Splitter. Ganz klar. Ist wahrscheinlich wie in den Abgrund geflogen wird, ich habe es nicht gesehen. Oh, der ist viel zu weit hoch geflogen. Aber ihr seht nicht. Genau, hier vorne gab es noch das Herzchen zu fangen. Ich würde sagen, das können wir nochmal machen, wenn ich es finde. Ich meine, das wäre hier. Hm, ich habe es auf jeden Fall eben gerade gesehen, aber jetzt nicht mehr. Komisch. Vielleicht ist es kaputt durch... Ach, da ist es doch. Da kannst du nicht weiter, ne? Doof, ne? Hallo. Boom. Oh, da gibt es echt viel... Da gibt es echt viel Geld für. Aber wir kriegen den Splitter nicht, den ich haben wollte. Und das Relikt. Hm. Vielleicht kriegt man das nur einmal und ja. Hallo. Wenn sie die Teile haben, die wir brauchen, können wir das Schiff breit machen. Okay. Gut, das war's doch. Vielen Dank, wir kristallt. Nun können wir reisen, wohin sie wollen. Endlich. Natürlich. Ein Asteroid kommt und schlägt sein Schiff, äh, natürlich direkt kaputt. Hm. Sophia, das ist unser Fluchtfahrzeug. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das Schiff scheidet aus. Ich habe mich umgesehen und denke, da vorne sollte ein verlassener Bars sein. Vielleicht finden wir dort etwas Hilfreiches. Ja, okay. Gut, äh. Unser Schiff hat den Weg gemacht. Auch cool. Da sind Emmett und Lucy auf dem Bild. Dann mal hier rüber hopsen. Da rüber hopsen. Da rüber hopsen. Oh, ich glaube es ist noch eine Quest. Können wir die machen? Ich muss ja noch fliegen können, für irgendein Fahrzeug. Ähm. Erstmal gucken, ob da spezielle Ferien, dass hier irgendwas hergibt. Ich habe fast vergessen, dass das existiert. Okay, wir sollen hier mal da hinten hin. Das muss ich wahrscheinlich erstmal angucken. Ja, okay. Die ist einfach schon da. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie noch was. Aber nur. Ähm. Hallo. Hallo mein Hobby ist, die Holopads der Schiffe zu sammeln, die im Astroidenfeld abgestürzt sind. Können Sie mir helfen, eines davon zu finden? Und ich suche nach dem Holopad der Blue Giant. Okay, das habe ich jetzt nicht. Ah, okay. Hier ist es. Das geht schon. Na gut, das war jetzt mega easy. Okay, ich habe es schon. Perfekt. Glaube ich. Versucht die Raumschufe zu zerlegen, um das Holopad zu finden. Ähm. Habe ich es nicht? Nein, natürlich nicht. Ich habe es einfach komplett übersehen. Blue Giant. Eins fehlt noch. Also wenn es dann Tricks gibt. Wow, auf dem hier sind sogar einige Soldaten. Scheint, als hätten sie Freunde am Bergbau. Freude am Bergbau. Dank Kumpel. Und nochmal. Jetzt suche ich nach dem Holopad der Schiff SSV Paris SR1. SR1. Ist das? Habe ich da hoch? Okay. Da. Äh, SR1. Ist das die Normen, die SR1? Weil Paris ist ja in Frankreich. Normandy. Ist ja die Normandy. Die ist ja auch in Frankreich. Vielleicht eine kleine Einspielung auf Mass Effect. Habe ich auch gemacht, das Projekt. Schon ewig her. Alle drei Teile. War echt cool. Ich hoffe, die das hier jetzt echt scheiße zu kaufen waren und teuer waren. Aber dafür war das Spiel eigentlich echt gut. Zum Glück. So, wir haben da hinten irgendwas, was ich komplett irgendwie mitgerührt habe wahrscheinlich. Wir können erstmal das hier machen. Gucken, was es hier schon jetzt gibt. Okay, da oben. Da habe ich echt nicht drauf geachtet. Kurz mal das, äh... Zerfängers wieder ausrüsten. Falls hier dann noch was, was ich übersehen habe. Okay, haben wir. Ich weiß nicht, ob die Normandy auch SSV als Titel hatte. Ja. Ich vergesse mal, dass ich da noch selber bestätigen muss, damit das weggeht. Weil vorher auch schon so ein, äh, Herzvieh zu sammeln. Ich dachte, nein. Hallo. Das ging schnell. Oh, gut, dass ich das so Ding noch mitgenommen habe. Aber wieder? Also entweder, ich habe das schon gemacht. Ne, hier ist das Relikt. Okay. Ein mega Relikt. Und jetzt kann ich hier dieses komische Fässchen noch scannen. Rex-Kanister 4. Absolut wichtig. Haben wir sonst noch was auf sie hier machen können? Also da oben, klar, können wir was holen. Das haben wir da hinten. Das leuchtet. Also das Ordnung und Kiste. Das sah gerade ein bisschen lila aus in dem Hintergrund. Aber es leuchtet einfach nur normal. Gelblich. So, die ersten, die haben wir. Theoretisch können wir hier auch schon eigentlich alles voll kaufen. Weil ich glaube, das kostet hier alles maximal 50.000. Ähm, dann gehen wir noch mal kurz runter. Oder wir gehen noch mal hoch. Wenn wir können. Okay, hier soll ich nicht hoch springen. Kann ich mit euch höher springen? Oh ja, kann ich. Also, fühlt. Aber ich komme eigentlich dahin, wo ich hinkommen will. Okay, dann reden wir einfach mit euch. Ihr seid ja relativ schnell zum Glück. Ach Mist, äh, wenn ich runtergehe, dann... Okay, gut, äh, komme ich glaube ich nicht so leicht zurück. Ähm, wenn du... Junge, Kamera, lass den Quatsch. Hier ist ja schon der Shop. Hallo. Nicht B, ich muss A drücken, natürlich. Okay. Die habe ich doch schon. Könnte ich die mehrmals kaufen? Ich kann die mehrmals kaufen, super. Ähm, Weston, Westonfreunde, gekauft, ja. Bennys Roba, kaufen wir auch mal. Und... Ein Meisterstück, aus Verkauf. Warum kann ich mir den Bora mehrmals kaufen? Aber ich habe den jetzt doch... Nein, alles Doppelte verkaufen. Nee, danke. Warum sollte ich? Ähm. Okay, doch, ich habe den tatsächlich zweimal. Okay, ich kann ihn mehrmals kaufen. Gut zu wissen, da ist auch noch so ein Herz. Gibt es irgendwie eine Maximalzeit? Also, gibt es hier irgendwie mehr Herzen, die ich alle sammeln könnte? So, Mist hier gefangen. Also, eins so ein Ding ist halt schon gefühlt irgendwie 50.000. Also, wahrscheinlich nicht ganz, aber in etwa. Okay, ich habe immer noch niemanden, der fliegen kann. Also, hier komme ich, glaube ich, auch nicht hoch, ne? Ich glaube, das Trampolin, das bringt mich nicht hoch genug. Ah. Niemand, äh, die brauche ich hierfür. Kann ich ein weiteres da drauf bauen? Kann ich ein weiteres da drauf bauen? Nee. Hier auch nicht hin. Irgendwo da drauf vielleicht? Das ist natürlich jetzt semi-cool. Was ist hier mit? Nein, natürlich nicht. Vielleicht der Rückseite? Aber hier hilft mir das auch nicht, weil es hier auch noch höher ist. Ja, kommt mir die hier noch kaputt? Ich glaube, hier hilft mir das auch nicht. Ein Splitter nochmal? Nice. Mega Relics Splitter. Ähm. Also, dafür müsste ich wahrscheinlich auch fliegen. Mann, ich habe mich hier gerade hochgezogen. Automatisch? Okay. Hier auch. Aber hier kann ich nicht. Okay, ich kann hier hochklettern. Und hier auch. Aber dann rutsche ich hier direkt runter. Ne, egal. Ähm. Das kriegen wir erstmal nicht hin, würde ich sagen. Das heißt, ich muss nochmal diesen blöden Weg da hochgehen. Weil ich ja niemanden habe, der fliegen kann. Was ich ein bisschen schade finde. Oder? Hier musst du erstmal hoch, ne? Und du musst ja noch was bauen. Ja. Okay, hier. Einmal das hier bauen. Dann lasse ich das Geld natürlich... Das heißt, das Geld, die Steinchen hier. Dahin. 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 So. Das gemacht. Ich glaube, ich muss mich dann hier sogar durchbrücken. Boah, ich glaube, ich könnte einfach hochsprengen irgendwo. Aber dann können wir es ja mal durchschlagen. Warum nicht? Also von dem Grün hat das ja gar nicht so viel, muss ich sagen. Also,hältnismäßig. Wir sind so fast 200 Blau und irgendwie 50 mal Grün. Na ja. Ich muss mal das Brau nicht so dringend. Und ansonsten kann ich es immer noch, ähm... Kaufen, wenn ich die brauchen würde. Und das letzte Holopad. Also, wenn der ein drittes haben wird, das dürfte ich ja schon haben. Bauernleiter. Was mit dir? Okay, ich habe irgendwie erwartet, dass es hier was Cooleres gibt. Franziska, okay. Habe ich da noch was gefunden? Gut zu wissen. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass ich da einfach auf das nächste Raub falle. Ja, Spoiler. Nein. Oh, schon wieder fast gestorben. Einmal hier springen, nochmal springen, nochmal springen, nochmal springen. Jetzt jedes Mal springen, weil wir ja wissen, dass das Spiel das nicht möchte, wenn ich da einfach rüberlaufe nur. Hallo, werter Herr Kollege. Danke nochmal. Ich muss sagen, Herr Kommandant, dieses Schiff klingt nett. Hallöchen, jetzt suche ich das Holopad des Schiffs Century Petridge. Okay, das habe ich auch nicht. Doch, habe ich? Okay. Hm, dieses Schiff war vielleicht eine ziemliche Schrottlaube. Aber schnell war es dennoch. Danke, dass du mir das Holopad besorgt hast. Willst du noch ein? Ich glaube, es gibt noch ein Schiff, das in dem Feld abgeschürzt ist. Mal sehen. Könntest du nach dem Holopad das Schiff USG Kobayashi suchen? Könnte ich ja. Juhu, ist das weit weg. Hm. Dann machen wir erstmal das hier. Ist das bei der Mine? Es sieht so aus, ne? Hätte ich vielleicht mal direkt mitnehmen sollen, ich dumm Kopf. Ich glaube, mittlerweile dürfte das Ding auch schon funktionieren, weil wir haben es schon aktiviert. Das ist egal, wer wir gerade sind. Okay, wir können immer noch nicht fliegen. Ist ja die Frage, ob wir überhaupt fliegen können mit irgendwelchen Charakteren. Ich glaube, hier kann ich auch rauf... hüpfen. Und kann mir sparen, dass ich irgendwas baue. Leider keine Relikte für mich, also beziehungsweise kein Mega-Relikt. Also es ist ja nicht irgendwie hier irgendwie noch irgendwo doch gelandet, ne? Also entweder ist es weg oder es gab tatsächlich keins. Das ist ja auch für so ein Popakristall, oder nicht? Ruhig ich den vielleicht doch? Okay, da verbrechen ich den Enterhaken. Vielleicht hat das ja auch mit dieser Mission zu tun, das könnte natürlich sein. Ja, ist ne kaputte Lore. Kann ich einfach hoch? Ja, okay, kann ich. Cool. Also Enterhaken brauche ich hier. Dann muss ich noch irgendwie fliegen können für das Rennen. Okay, das Ding ist über mir anscheinend. Ich freue mich, wie ich da am besten hinbekomme. Ich glaube, jetzt kann ich hier einfach hin. Vorher war es ja gesperrt, sage ich mal. Mittlerweile kann ich da aber einfach hochlaufen, wie es aussieht. Dass man die so spät in sein kann, ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Wenn aber das Schiff das sein soll. Okay, das ist hier oben gelandet, natürlich. Holopair, der USG Kobayashi. Okay, mal gucken, ob es hier noch was gibt für mich. Da ist auch eine Aufgabe. Die war, glaube ich, nicht da. Hm. Ach da, unten, oben. Je nachdem, von wo aus man guckt. Könnte oben oder unten sein. Für mich war es gerade unten. Von hier ist es aber wieder oben. Hallo. Wenn du deine Stärke auszeichen möchtest, sind die Kämpfe in der Bergwerksgrube der Ideal auf das Rennen. Alle Blacktron-Recruiten müssen nicht doppelweilen. Bist du sicher, dein aktueller... Ja, mach ruhig. Aber ich habe das Ding ja zum Glück. Es ist nicht so schlimm. So, mit das Ding kann und alles kaputt prügeln. Gut gemacht. Aber das war erst der Anfang. Sprich mit mir mehr, wenn du wieder trainieren möchtest. Okay, das ist genauso wie auf Apokalypse-Stadt. Oder Apokalypse-Stadt. Das ist einfach nicht so wirklich... Interessante Story ist einfach nur, hey. Kämpfe und mach's dann nochmal und dann nochmal. Ja, okay, super. Die vier hier. Ich muss nur davon kaputt machen. Das sind nur zwei, denke ich. Okay, das sind vier. Ich find's gut, dass ich ihn einschlage und damit den anderen treffe direkt. Und den dann auch umdrehe. Ausgleichne. Du hast hier deine Belohnung verdient. Komm wieder, wenn du eine Warte rausholen suchst. Ja, okay. Dann kommen jetzt diese komischen... Wie heißt die? Charger? Naja, ist wahrscheinlich nicht so weit. Spiel ist ja deutsch eingestellt. Prömer, glaube ich, oder? In dieser Kampfposition wird noch härter als die letzte. Bist du bereit? Klar. Uh, die sind neu. Was könnt ihr denn? Okay. Ein cooles Raumschiff. Haltet die einfach nur viele aus, oder was mit euch? Wo ist der zweite? Hallo? War nicht zwei Stück gerade noch? Ich würde es ja gerne machen, aber ich sehe hier keinen Gegner. Hm. Das klappt ja wundervoll. Ist die Brücke hier so jemand noch weg? Ja. Ja. Okay, der ist ein bisschen traurig, dass die Brücke jetzt noch weg ist. Okay, der ist irgendwo unter der Welt. Wie es aussieht. Das ist natürlich semi-cool. Aber wie zurücksetzt geht das auch nicht, oder? Leitung. Ne. Okay, dann rede ich einfach mal mit dem Typen, der ein Rennen mit mir machen möchte. Und dann können wir vorstellen, dass ich dann da die Mission einfach zurücksetze. Und dann rede ich einfach noch mit dem. Und dann kann ich den Quatsch ja machen. Hallo. Herz. Es gibt doch, also dass man, wenn die noch nicht auf dem Boden liegen, dass die dann einfach, oh Gott, bitte. Ach, mich ist hier einfach. Dass man die einfach wegtreten kann, oder sowas. Das ist doch mega nervig. Was für Hinderung mal hier war, das glaube ich auch was zum, ähm. Enterhaken-Dinger. Nein? Den habe ich doch geholt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also kann sein, dass ich ihn nicht geholt habe. Aber ich meine, den habe ich geholt. Und da oben war ich neu. Da bin ich aber nicht hingekommen. Dafür müsste ich ja praktisch fliegen. Ich versuche ihn überziehen heute. Ja, mach. Vielleicht kann ich hier auch einen, ähm. Fahr, äh, Flug, halt nicht nur Flugzeug, aber ein Flugfahrzeug bauen. Ein Raumschiff oder sowas. Keine Ahnung. Nicht fahrbares Ding, sondern ein fliegbares Ding. Äh, mit dem ich das dann machen kann. Nachdem wir halt uns das da geholt haben. Hallo. Ja. Ja. Okay, die teilen sich einfach nur. Interessant. Oh. Boom. Ha, denen hast du es gezeigt. Wirklich gut gekämpft. Bitte nimm diese Ballona. Ja, gerne. Aber du hast doch noch was zu tun für mich. Was ist denn, Freund? Okay, anscheinend noch ein K. Aber hier war es noch ein Ralf-Wiesen-Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.